Dass wir nicht nur mit einem Schild ohnmächtig an der Absperrung stehen dürfen. Leute, seid kreativ, bewegen euch im Kiez, keine Mausschau und guckt, dass der Gerichtsverzieher keinen Fuß zum Bauchplatz treten kann. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht nur mit einem Schild ohnmächtig an der Absperrung stehen und rumschnalzen und dass wir widerständig sind. Dass wir kreativ sind, dass wir vielfältige Aktionen des Widerstands wählen und dass wir uns diese ganze Scheiße nicht gefallen lassen. Was soll das denn? Was soll das denn? Aus! 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 Ja, er ist ein Bild! Ich bin vorsichtig. Wenn ihr ihn versch boundaryt neigert, Ver verbrist euch ein... Eigentlich sollteonces dabei auch auf die Strafe gestimmt werden. Das alles passiert nur zu wundern, dass es eigentlich übersprachlich ist. Paarowitsch, er zählt über 200 Häusern Berlin und zählt seit Jahren durch seine Entspiekungspraktik und Spekulation mit Häusern auf. Auf, 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 auf Musik